Hallo, ich bin ein Andrea Dallan, Geschäftsführer der Firma Dallan und ich bin hier mit Sandra, unser Ansprechpartner für die deutsche Markte. Wir sind spezialisiert in der Erstellung von Präzisionsprofiliermaschinen, automatischen Fertigungssystemen für Blackprofile und Coilstanzlinien. Unsere Kunden kommen mit einem Produkt in der Hand oder mit einer neuen Idee zu uns und fragen nach einer maßgeschneiderten Lösung für die Herstellung. Genau wie diese können Sie die Vorteile unserer Technologien nützen, um hochwertige Produkte herzustellen, wie Aluminiumrollladen, Raffstorn, abgehängte Decken wie T-Bastrukturen, Trockenbauprofile, Türrahmen, Leuchten, Möbel aus Metall und Regale. Besuchen Sie unsere Website und sehen Sie, was wir für Sie machen können. Unser Team und ich freuen uns darauf, Ihnen den professionellen Service zu geben, den unsere Kunden kennen und schätzen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020